Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute haben wir ein paar neue Primetime-Karten, sogar spezielle Primetime-Karten. Ein paar wirken sich auf die X-Faktor-Karten noch aus. Und wir haben unseren Tuesday Tilt, der jetzt aber Gameday Tilt heißt. Schauen wir uns natürlich alles an. Los geht's in heutigen Content. Und im letzten Spiel der Saison hat Mo Seider noch mal ein Tor geschossen. Deswegen ist seine Evo-Karte auf 94 hoch und er hat auch seine Team-of-the-Season-Karte auf 94 hoch. Dann haben wir noch neue Primetime-Karten. Der Anfang macht hier 93er Shane Gothisbury von den Arizona Coyotes. Ein rechter Verteidiger ins 80 groß, 82 Kilo mit Schlenzer oder Dieb, dazu noch Gladiator. Eine mit Weile und Wärmesuche. Er hat 92 beschleunig und 92 Tempo ist zwar nice, ist aber niedriger als die Karte. Er geht auch nicht wirklich höher. Schuss von der Kraft her im hohen 90er-Bereich. Genau, ich kann im niedrigen 90er-Bereich. Hände auch so weit in Ordnung. Bodychecken fehlt sich natürlich nur bei 89, selbst mit Gladiator an. Ja, generell wäre er mir für die Größe zu klein und dafür auch zu langsam. Dann haben wir von den Vegas Golden Knights, den 95er-Check. Der Eichel, ein Center, 1,88 groß, 97 Kilo mit Herz und Seele oder Gladiator, dazu noch Dieb. Kein Wettkampf und Nahkampf. Ja, irgendwie frage ich mich da, warum? Ironie off. Ich würde eher im Flügel einsetzen, er hat nur 80 Phase-Off-Rating, kann man zwar pushen auf 88, aber mit 94 Bestandungen, 94 Tempo für mich, ein Flügelspieler, Schuss im hohen 90er-Bereich. Hände auch Richtung perfekt. Bodychecken passt so weit, also eine gute Karte. Und damit auch so eine X-Faktor-Upgrade-Bar, trifft bei mir bei den Ladies ja zu, auf 95, kostet euch 125.000 Münster, dafür ein Power-Up-Connector. Ja, das geht noch vom Preis her, also Upgrade würde ich hier machen. Dann haben wir einen weiteren 99er Steven Stamkos und genau da ist eben das Problem, dass der eben schon so bald auf 99 war, deswegen kommen dann nur noch 99er-Karten raus. Ich kann euch nicht mal sagen, welche von den beiden jetzt die neuere war, aber an sich haben wir irgendeine Veränderung drin. Ja, die ist sogar besser tatsächlich. Ja, hat nochmal eine Widerstandsfähigkeit und einmal Kämpfen mehr und auch der Schussblock ist auf 97 gestiegen. Sehr schön. Ich habe jetzt noch bemängelt, jetzt haben wir doch den Anstieg hier. Also er ist Steven Stamkos, ein Center, kann natürlich auch im linken Flügel einsetzen, 1,85 groß, 88 Kilo, Magier, Protektor, also noch Herz und Seele, präziser Pass und Nahkampf, welche auch voll beim Nahkampf. Ja, Synergien sind ja so zweitrangig, waren bei der anderen 99er-Karte aber genauso. Eigentlich nichts, was die Karte an sich nochmal besser macht, also nichts, was aufs Widerstandsfähigkeit geht und auch nichts aufs Kämpfen, da gibt es nichts dafür. Super Karte von Steven Stamkos und damit auch seine Team of the Season theoretisch nochmal um die angesprochenen Werte gestiegen, also auch nochmal auf 92 Widerstand und auf 98 Kämpfen. Dann haben wir noch den 99er Thomas Schabott, da wundert es mich auch, ein bisschen normal war es, selbst wenn eine Meisterheldenkarte rauskam, ich sehe mal Le Teng zum Beispiel oder auch bei Capri, sondern damals, dann kam dann die nächste Karte trotzdem in der Reihenfolge, also eigentlich müsste es bisher 93 gehabt haben, aber er steigt direkt auf 99. Nehmen wir es natürlich so auch, er ist ein rechter Verteidiger, 1,88 groß, 89 Kilo mit Hammerschuss oder Bombardier, dazu noch den Dieb, Wärmesuche und präziser Pass. Ja, auch hier alles bei 99, er kann keine Fazer spielen, ist aber eh ein Verteidiger, also da kein großer Unterschied. Super Karte, die Team of the Season haben wir auch gestiegen auf 99. Klar nochmal, bessere Fähigkeiten und natürlich mehr Synergien. Da haben wir noch neue Primetime-Karten vom finnischen Meister, letztes Jahr waren es die Club-Champions oder Champions-Club-Karten, Trinec und der EV-Zug sind ebenfalls Meister in ihrer Liga geworden, also da denke ich mir, die nächsten Tage kommen auch noch mehr Karten raus. Schauen wir uns die Tapara-Karten, Anfang macht der 90er Patrick Wirta, linker Flügelspieler, 1,78 groß, 85 Kilo mit 85 Beschleunigung, okay. Arbeitszieller Funke, dazu noch Flügelmann, Wärmesuche, Scharfschutz oder Urgewalt, Urgewalt würde ich hier anmachen, der ist doch nicht der größte, er hat nur 85 Beschleunigung, kommt man zu auf 89 hoch, aber das mit Synergien, Schuss noch unter 90, Hände sind soweit ganz gut, Bodychecken kann man auch lassen, aber eben die geringe Größe, defensiv eher die Verteidigungswerte auch, die wichtigen Sachen noch im unter-90er-Bereich, von dem ja keine Empfehlung. Nächster mal den 91er, Valtteri Merele, ein linker Flügelspieler, 1,88 groß, 89 Kilo mit Funke oder Protektor, dazu noch Gladiator auf die Knöchel, Urgewalt und Puck am Faden, 92 Tempo, dafür 99 Beweglichkeit, 99 Schusskraft, Genauigkeit vom Schlagschuss ein wenig gering, aber 93 Präzision vom Handgelenkschuss ist gut, Hände im 90er-Bereich, wobei Hand-Augenkondition nur bei 80 ist, sehr weird, Stärke ist bei 99 mit Synergien an und Bodychecken kriegen wir auf, 91 ist eine gute Karte hier von ihm. Da haben wir einen 92er Otto, Rauhalla, ein Center, 1,80 groß, 89 Kilo mit Arbeitstier oder Funke, dazu noch dem Zonenwirbeler oder Buzzing, Tore-Monster, Blitzstart und das Goldene Außerkunde Vorbild. Ja, nicht der schnellste für 1,80, fast schon langsam, nur 88 Besteuerung kann man noch auf 90 und 90 pushen, Schuss von der Kraft bei 92, Genauigkeit bei 86, Ende im 90er-Bereich. Phase-Off-Rating kann man so pushen auf 92, wäre mir dafür fast zu klein, wenn, dann würde ich mit Blitzstart und auch mit Tore-Monster ausstatten. Statt, da ist ja kein Dieb mehr dabei, aber an sich eine gute Center-Karte. Dann haben wir einen 92er Brady Austin, rechter Verteidiger, 1,93 Kilo, 105 Kilo, Arbeitstier und Funke, dazu noch Verteiler, Schickschon, Sehendes Auge und Pritzender Pass, wäre ich auch hier maximal beim Sehenden Auge. 89 bis 90, Tempo kann man aber pushen, dementsprechend auf 91, wäre aber auch schon das Mindeste. Schuss von der Kraft her ist perfekt, die Genauigkeit im niedrigen 80er-Bereich, Ende auch nicht wirklich toll, defensiv natürlich, eine macht 99 von Haus aus, also dann in kleinen, schnellen daneben, dann der ist sicher brauchbar. Dann haben wir den 94er, Mikael Seppele, ein rechter Verteidiger, 1,88 groß, 91 Kilo, Flügelmann oder Funke, dazu noch Buzzing, 1T, Shutdown und Pritzender Pass, kann man hier auch Shutdown oder eventuell sogar 1T anmachen. 92, Besteuerung, 92, Tempo, Schuss auch von der Kraft her fast perfekt, die Genauigkeit bei 92, kann man leider nicht mehr pushen damit. Hände sind auch so weit gut im 90er-Bereich, defensiv auch brauchbar, also gute Karte von Seppele, wenn wir zum Beispiel viel lieber wie der Kollege davor. Dann haben wir den 94er Anton Lefci, ein rechter Flügelspieler, 1,83 groß, 84 Kilo mit Arbeitszieher, Funke, dazu noch Dieb, drittes Auge, Pritzender Pass und goldene Kreisel. Alter, immer noch 87 Beschleunigung, das ist eine 94er-Karte, 91 Tempo, kann man sagen, auch auf 89 pushen, aber ist mir für einen Flügelspieler zu wenig. Ich würde ihn schon eher im Center einsetzen, mit 87, kann man auf 92 hoch, wäre für mich eher die Center-Option, damit aber auch seine Team-Over-Season, theoretisch gestiegen auf 94, die ist hier noch auf 92. Dann haben wir den 95er Jona Aluto, ein rechter Flügelspieler, 1,91 groß, 91 Kilo mit Hammerschuss oder Flügelmann-Bassing, Nahkampf, Kreisel und Außerkorn ist Vorbild, kann man hier fast beides anmachen. 93 Besteuerung, 93 Tempo von Haus aus, für den über 1,90 großen Spieler, kann man auf 95 und 94 pushen, Schuss von der Kraft her perfekt, Hände im hohen 90er-Bereich, also eine Superkarte von Loto. Abschluss macht der 95er Christian Heljanko, ein Goalie, 1,83 groß, 76 Kilo, Funke, Arbeitstier und Bassing, dazu noch leichte Arbeit, Röntgenstrahl, goldene Pfosten, Pfosten, an sich alles Top-Werte, 86 Aggressivität, aber mit 1,83 leider viel zu klein. Schade, dass der Kollege letztes Jahr, der bei Tapara im Tor stand, Viktor Faas, seine Karriere beendet hat, er hat eine Team-Over-Season gehabt, die war mir lieber als der Janko. Dann noch einen neuen Tuesday-Tilt, der jetzt hier anscheinend Game-Day-Tilt heißt, wir haben Ryan Johansson von Nashville Predators, war auch Nick Hushkin von der Colorado Avalanche, wie sonst auch gehabt, die Karten steigen, je nachdem, wie sie performen, ich denke mal, es geht nur um Spiel 1 hier, weil es heißt Game-Day, ja, ist ja ein bisschen erweitert worden, also die Spieler steigen um plus 1 overall, wenn sie ein Tor schießen, und 0,75, wenn sie eine Vorlage geben, um 0,5 pro Schuss, pro Hit, oder wenn sie einen Schuss blocken. Und dann wird alles zusammengefasst, und denen entsprechend steigen die Karten, und wenn es ungerade Zahlen ist, dann werden sie abgerundet. Dazu kommt dann auch ein Synergy-Slot und auch eine Superstar-Fähigkeit für den Sieger von dem Spiel heraus. Also an sich eine ganz gute Geschichte, ich meine, beim Jansen weiß ich es nicht, aber Werner Kurskin hat aktuell 62 Spiele gemacht, 25 Tore, 27 Vorlagen für 52 Punkte, hat im Schnitt 4,5 Hits pro Spiel und 1,37 Blocks pro Spiel. Schlüsse pro Spiel hat er ungefähr 3. Also können wir davon ausgehen, dass die Karte sogar 95 und sogar noch höher steigen könnte. Am Jansen habe die Stats jetzt nicht zur Hand, aber bei Nikushin kann ich es euch sagen, wie die Karten zu machen gehen, eigentlich wie dieses Auswahl-Pack. Ihr braucht Playoff-Collectables. Gibt es hier ein Set für 32 Collectables, bekommt ihr einen Ryan Jansen, und ebenfalls für 32 Collectables gibt es einen Werner Kurskin. Hier gibt es noch ein Power-Up-Sammelobjekt-Austausch-Set, da kann man wieder Prime-Time beziehungsweise Team-der-Woche-Karten eingeben und bekommt dafür Power-Up-Collectables zurück. Macht Sinn, wenn ihr jetzt gerade noch einen Jack Eichel upgraden müsst und keine Collectables mehr habt, aber vielleicht noch einen 87er-Prime-Time-Spieler oder Team-der-Woche-Spieler, dann könnt ihr hier das eintauschen. 86 geht natürlich auch. Also ich würde jetzt hier nichts extra kaufen, gerade die Sachen unter 83 würde ich komplett lassen. Ich würde jetzt hier keine 14 Team-der-Woche- oder Primetime-Karten kaufen, um dann dafür ein Collectable zu kriegen, wenn ich dafür eh schon einen Power-Up kriege mit normalen Karten, aber diese Sachen hier mit 3, 2 und 2 Spielern ist interessant. Genauso Team-der-Woche- oder Primetime kann man hier schon mal zumachen, wenn man noch Spieler hat. Die Karten dazu, Ryan Jansen, sein Center, 1,91 groß, 99 Kilo, mit Arbeitsstäter Flügelmann, also noch Dieb- oder Hammerschuss. Wir haben Nahkampf, drittes Auge und präziser Pass. 91 am Face-Off, kann man sogar auf 96 hochpushen, da haben wir nichts mehr. Klar, vom Flügel ist er nicht der Schnellste. Ich würde ihn rein als Center einsetzen. Von der Beschleunigung und Tempo kommen wir maximal auf 92 Beschleunigung. Andere Möglichkeiten haben wir hier nicht, Arbeitsstäter geht auch noch drauf. Schuss von der Kraft her im 90er-Bereich, Hände auch im 90er-Bereich. Kann man so lassen als Center. Ich hoffe natürlich, dass er bei 92 bleibt. Werndi Kurschkin ist ein rechter Flügelspieler, 1,93 groß, 95 Kilo, mit ausgewogener Protektor, dazu noch Protektor oder Gladiator. Okay, hat man neulich bei McDavid auch schon mal das, dass der Sommer das Gleiche hatte. Wir haben Urgewalt, Kreisel und kein Wettkampf. Kann man ja auch theoretisch alles anmachen. 91 Beschleunigung, 91 Tempo. Für so einen Hühnern gar nicht mehr so schlecht. Also wenn der wirklich auf 95 steigt, dann könnte er richtig gut werden. Schuss von der Kraft bei 95, genauerigkeit im niedrigen 90er-Bereich. Defensiv brauchbar und Bodychecking ist nur bei 89er, aber bei der Größe bei fast 100 Kilo über 1,90. Soll jetzt nicht sein Problem sein. Kämpfen kann er anscheinend hier nicht. Defensiv ist dann auch nicht so ganz vorhanden mit 89er, aber ist auch so ein leichter Abturner, aber auch nichts Schlimmes. Also gute Karte von Nikuschkin. Und die geht hoffentlich auf 98. Mehr neuen Content haben wir schon nicht. Die Playoffs gehen los. Das heißt, morgen werden die ersten Spiele entschieden sein. Das heißt, die ersten vier von den Playoff-Karten steigen damit auf 89 hoch, weil irgendjemand wird das Spiel gewinnen. Irgendjemand wird steigen. Schauen wir uns das morgen natürlich an. Und alles andere, was im neuen Content noch kommt, so wie ein neuer Hoodrush müsste da sein. Und vielleicht auch die anderen Meisterkarten vom EV-Zug und von Trinec. Immer dran denken, Kanal liken, abonnieren, die Videos liken. Gerade zu meinem vorigen Video nochmal nachschauen, nochmal kommentieren. Dann sehen wir uns bald wieder. Immer dran denken, sauber bleiben. Und so schaut's aus. Dann sehen wir uns bald wieder.